Willkommen im Power Through Nature Podcast. Hier geht es um deine maximale Energie, dein maximales Wohlbefinden und dein größtes Potenzial. Und das alles durch die Kraft der Natur getreu unserem Motto Power Through Nature. Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Tradition bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smeins und es beginnt mit dir. Herzlich willkommen hier beim Power Through Nature Podcast. Wir freuen uns riesig, dass du hier bist. Und in dieser ersten kleinen Minifolge möchte ich einmal kurz erklären, was dich hier erwartet. Und zwar kannst du dich freuen auf ganz viele verschiedene Dinge, vor allem auf große Interviews, mit Experten, mit wirklich außergewöhnlichen Experten. Manche wirst du schon kennen, manche noch nicht. Das heißt, du wirst sowohl praxisbezogene Tipps zu Biohacking, Selbstoptimierung und Gesundheit bekommen, andererseits aber auch ganz, ganz neue Perspektiven, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Darauf kannst du dich wirklich freuen. Da kommt ganz Besonderes auf dich zu. Dann wird es auch von uns praxisrelevante Biohacking-Tipps geben, die du sofort umsetzen kannst in deinem Alltag, in den verschiedenen Bereichen, die wir sonst auch so beleuchten. Hier vielleicht etwas intensiver. Das sind so die Bereiche, die du von uns schon kennst. Das ist Fokus, Konzentration, Leistungsfähigkeit. Also ein großer Bereich. Wir werden vor allem auch über das Immunsystem und den Darm sprechen. Da habe ich ja meine eigene Story und so weiter. Gibt es coole Tipps, wo wir im Winter nicht ganz so stark aufpassen müssen wie andere Menschen. Wir werden über innere Balance und die Hormone sprechen, was ein riesiges Thema ist, das immer mehr aufkommt und natürlich auch zur Schlafqualität. Das sind die vier großen Bereiche. Zusätzlich wird es natürlich auch noch viele, viele andere Dinge geben, die wir gemeinsam erörtern werden. Du kannst dich also auf ganz, ganz viel freuen. Eine bunte Mischung mit ein paar Überraschungen auch zwischendurch. Es lohnt sich also auf jeden Fall immer reinzuhören und neue Perspektiven zu Selbstoptimierung, Gesundheit und Biohacking zu bekommen. Was ist das Ziel von diesem Podcast? Im Grunde genommen möchten wir hiermit unsere Vision und Mission verfestigen, verdeutlichen und kommunizieren. Wer hier ist das? Wir möchten sozusagen jeden Menschen dazu verhelfen, sein größtmögliches Potenzial auszuschöpfen. Und wir haben eben für uns die Vitalpilze unter anderem als Katalysator für diesen Prozess entdeckt und möchten den eben verbreiten. Das heißt, es wird aber hier nicht nur um Vitalpilze gehen, sondern insgesamt eben darum, wie man das Potenzial ausschöpfen kann. Warum machen wir das? Wir haben mal so eine Vision aufgestellt, dass wir eine Welt mitgestalten möchten, in der jeder Mensch an seinem größten, an seiner größtmöglichen Potenzial sozusagen arbeitet. Und ja, die Frage ist dann, wie würde so eine Welt aussehen? Das findet man spannenden Gedanken und ein Podcast ist dazu als super gut geeignet. Deswegen kannst du dich freuen auf megacoole Inhalte, die dich wirklich weiterbringen werden. Und kurz noch zu den Formaten. Du hast einmal die Möglichkeit, das hier auf YouTube zu gucken. Andererseits natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, kannst du das hören. Und wir würden dich darum bitten, dir hier eine Bewertung da zu lassen. Das hilft uns wirklich, das weiter zu verbreiten. Und wir haben auch, das hörst du in der ersten Folge, dann ein kleines Gewinnspiel vorbereitet für alle, die das mitmachen. Es gibt nämlich ein Elixier zu gewinnen. Also auf jeden Fall bewerten. Bei YouTube bitte auch einen Kommentar da lassen, sonst bist du nicht im Gewinntopf. Dazu in der nächsten Folge mehr. Du kannst dich freuen. Wir freuen uns allgemein auf viel Interaktion, kommentieren, bewerten, wie auch immer. Und wie du uns erreichst, wie du mit uns kommunizieren kannst, wenn du andere Ideen hast oder du vielleicht selber sagst, hey, ich kenne da jemanden, der ist auf jeden Fall ein Top-Gast für euch, dann schreib uns gerne an die E-Mail-Adresse und an die Kontaktdaten, die du hier unter dem Video verlinkt oder beim Podcast in der Infobox siehst, in den Shownotes. Und dann freuen wir uns auf Anregungen, Feedback, Fragen. Und schau auf jeden Fall auch bei Instagram vorbei, Smanes-Mushrooms. Da gibt es immer die neuesten Ankündigungen. Und dann würde ich sagen, es geht los mit der ersten Folge. Das ist eine ganz spezielle Folge. Du kannst dich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Podcast oder Video. Bis dahin. Und dann sehen wir uns im nächsten Podcast.